Ja, meistens haben wir die wunderschöne ... Ah, die wunderschöne Wunderschöne. Die wunderschöne Wunderschöne. Ja, meistens haben wir die wunderschöne ... Ah, die wunderschöne Wunderschöne. Okay, du machst das. Ja, meistens gewinne ich. Ja, meistens gewinne ich. Ja, meistens gewinne ich. Ja, ich versuche, einige wirklich wunderschöne Wunderschöne zu finden. Also meistens gewinne ich. Das ist Investition. Das ist Investition. Ob du den Trophäe willst oder nicht. Meistens macht meine Schwester mit meiner Mutter Lasagne. Lasagne an Weihnachten? Ja. Warum nicht? Wir versuchen nicht jemanden in der Kuchen zu bekommen. Ja. Ja. Du weißt, wir möchten das Maximum der Zeit zusammen spenden. Normalerweise machen wir einfach einfach ... Wir machen wie Raclette. Okay. Und wir haben noch ein Kilo von Cheese für zwei Wochen. Das ist das größte Problem. Gibt es dieses eine Weihnachtsgeschenk, an das du dich noch besonders erinnerst, weil es so irgendwie, ja, was eben was ganz Besonderes war? Es ist eher etwas, was ich gebe zu meinem Apfel. Weil er wollte, dass mein Vater von Krankheit erhebte. Wir haben ein kleines Papier. Wir sahen wie es Santa Claus war. Er hat es nur öffnet. Und es war, ja, ich weiß, dass du dein Vater von Krankheit erhebte. Also, ich kann dir sagen, dass alles gut ist. Das war vielleicht der beste Moment wir hatten. Beautiful. Beautiful. See you. See you at the same time. See you. Peace to see you.